Ja liebe Freunde, am 15. März steht die Kommunalwahl in Bayern und auch in Bärrathshausen wird gewählt. Für die CSU kandidiert ein alter Freund von mir, Matthias Bär, den ich seit vielen Jahren kenne, aus der jungen Union und aus der CSU. Als ehemaliger Bürgermeister und langjähriger Weggefährte weiß ich. Matthias Bär ist notwendiges Handwerkszeug, das Wissen, aber auch die kommunalpolitische Erfahrung und die menschliche Kompetenz für dieses Amt mitbringt. Und deshalb kann ich euch nur Matthias Bär als neuen Bürgermeister des Marktes Bärrathshausen empfehlen.